Mit unserer 5G-FH2-Plattform können wir unseren Kunden und Partnern ermöglichen, Tests verschiedener 5G-Anwendungen im Millimeterwellenbereich durchzuführen und die speziellen Eigenschaften dieses Frequenzbereichs auch quantitativ erfahrbar zu machen. Diese Plattform hier implementiert eine Konfiguration des 5G-physikalischen Layers und sie ist als erweiterbare und anpassbares Konzept basierend auf RF Systems on Chips ausgelegt. Diese Plattform wird bereits heute für verschiedene Tests und mobile Messanwendungen eingesetzt. Um die Flexibilität dieser Plattform zu demonstrieren, zeigt der hier aufgebaute Versuchsaufbau die Übertragung eines unkomprimierten Videos über eine Millimeterwellenstrecke unter Ausnutzung von MIMO-Technologien und gleichzeitig die zentimetergenaue Positionierung mit Hilfe von breitbandigen Referenzsignalen. Weiterhin dient diese Plattform als Referenz für verschiedene Nachhaltigkeitsuntersuchungen. Unter anderem dient sie als Modell für Energieeffizienzuntersuchungen. Diese Plattform eignet sich weiterhin sehr gut, um neue Funktionen, insbesondere im physikalischen Layer von 5G- und 6G-Netzen zu untersuchen und zu testen. Zusammen mit unseren Partnern können wir basierend auf dieser Plattform vielfältige Messaufgaben zum einen definieren, schließlich auch implementieren und schlussendlich durchführen. Das ist ein Funktion. завtem die Plattform für die Rheinland-Werner ein Business im Betroffen. Das ist ein Funktion. Das ist das Funktion.